Herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Thema Prüfungsvorbereitung zum Microsoft Azure Administrator Associate. In der heutigen Session geht es darum, dass wir uns über das Virtual Machine Scale Set unterhalten. Was aber kann das Virtual Machine Scale Set? Unter anderem hat es die Funktion, dass es vertikal skalieren kann. Hm, was ist denn Vertikal Skalieren? Oder allgemein, was ist denn Skalieren? Es gibt zwei Arten von Skalieren. Es gibt den sogenannten Scale Up, das nennt sich auch Vertikale Skalieren, oder es gibt den sogenannten Scale Out, das ist das horizontale Skalieren. Okay, jetzt wissen wir immer noch nicht mehr. Lassen Sie mich das mit einer Zeichnung etwas detaillierter erklären. Beginnen wir mit dem Scale Up oder mit dem vertikalen Skalieren. Stellen Sie sich vor, das wäre ein PC-System mit einer CPU und sagen wir mal 2 GB RAM. Jetzt starten wir den sogenannten Scale Up. Wir geben diesem System mehr Power. Lassen Sie mich den Tim Taylor zitieren. Oh, 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 oh. Also mehr Power. Gut, das ist eben Scale Up. Das heisst also, wir geben dem System beispielsweise 16 CPUs und 32 GB RAM. Das nenne ich mal mehr Power. Das nennt man eben Scale Up oder vertikales Skalieren. Jetzt schauen wir uns vertikales Skalieren an. Wir haben ein System, beispielsweise wieder mit einer CPU und 2 GB RAM. Und jetzt das vertikale Skalieren funktioniert so, dass wir jetzt einem System nicht mehr Power geben. Nein, wir erzeugen eine zusätzliche Instanz. Also das wäre PC1, sagen wir jetzt mal. Und dann gibt es PC2, hat genau die gleichen Hardwarekomponenten, aber es gibt zwei Instanzen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir können skalieren, beispielsweise bis zu drei oder vier, noch mehr fünf Instanzen. Das ist vertikales Skalieren. Wir fügen mehr Instanzen zu. Das nennt man auch Scale-Out. Und Scale-In wäre dann wieder zurückskalieren. Das heisst, wir entfernen wieder einzelne Instanzen. Und das ist übrigens auch das Gleiche beim Scale-Up. Wir können auch wieder Scale-In durchführen. Also wir können die Maschine wieder verkleinern. Also kurz zusammengefasst, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Skalierung. Es gibt Scale-Up, nennt man vertikales Skalieren. Und es gibt Scale-Out, nennt man horizontales Skalieren. Und ein Virtual Machine Scale-Set hat eben die Möglichkeit, horizontal zu skalieren. Zurück im Azure-Portal möchte ich nun ein Virtual Machine Scale-Set erstellen. Dazu navigiere ich zu den Resource Groups und dann zur Ressourcengruppe mit dem Namen tv-asherdemo-rg. Ich starte also die Bereitstellung der Ressourcen aus der Ressourcengruppe. Ich klicke auf Add und wir werden zum Marketplace weitergeleitet. Dann gebe ich ein VMSS. Und dann sollte mir das Virtual Machine Scale-Set angezeigt werden. Nein, das ist nicht der Fall. Früher hat das funktioniert. Also gebe ich an Virtual und dann Machine. Mal schnell schauen. Da wird mir das Virtual Machine Scale-Set auch nicht angezeigt. Also Virtual Machine. Dann tippe ich weiter. Scale. Ah, jetzt vielen Dank Portal. Virtual Machine Scale-Set. Nun startet ein neues Blade und ich klicke auf Create, damit wir direkt beginnen können. Wir müssen, wie wir das kennen vom Azure Portal, einige Komponenten konfigurieren. Und Sie sehen, es gibt da einige Register, die wir durcharbeiten müssen. Die Subscription und die Ressourcengruppe ist gesetzt. Da müssen wir nichts anpassen. Wir geben einen Namen an von unserem Virtual Machine Scale-Set. Beispielsweise VMSS und dann 2021. Das wäre jetzt der Name. Dann die Region. In meinem Fall ist es West Europe. Navigiere da nach unten. Beziehungsweise wahrscheinlich bin ich schon wieder zu weit. Ja, da ist West Europe gefunden. Und jetzt müssen wir die Verfügbarkeit auswählen. Die Availability Zone. Wenn Sie mit einer Availability Zone arbeiten möchten, können Sie das auswählen. Das lasse ich jetzt einmal weg. Selbstverständlich, wenn Sie höhere Verfügbarkeit brauchen, dann zwingend müssen Sie hier diese Availability Zone Konfiguration durchführen. Jetzt das Image. Ich möchte mit Windows Server 2019 Data Center arbeiten. Es wird eine entsprechende Size empfohlen. Das ist soweit in Ordnung. Über Azure Spot Instance haben wir uns schon bereits einmal unterhalten. Jetzt der Benutzername, den es dann braucht. Wenn wir beispielsweise eine Verbindung aufbauen möchten, müssen wir diesen Benutzernamen angeben und das entsprechende Passwort. Das Kennwort bestätigen. Es geht weiter zur Lizenzierung. Wenn Sie einen Software Assurance Vertrag haben, dann können Sie Kosteneinsparungen treffen von bis zu 49%. Das ist in meinem Fall nicht die Situation. Darum werde ich diese Box nicht aktivieren. Es geht weiter zu den Disks. Ich möchte mit Premium SSD arbeiten. Das ist in Ordnung. Ich brauche keine zusätzliche Data Disk. Und unter Advanced muss ich auch nichts konfigurieren. Es geht weiter zu Networking. Es wird ein virtuelles Netzwerk angelegt. Ein neues. Das können Sie so machen. Oder Sie können ein bestehendes auswählen. Wie ich das mache. TW minus VNet minus Workload. Ich möchte genau dieses virtuelle Netzwerk einsetzen. Wir haben hier das entsprechende Subnetz. Wenn Sie mit einem Load Balancer arbeiten möchten, was oftmals der Fall ist, wenn man mit einem Scale Set arbeitet, können Sie diese Option ebenfalls aktivieren. Das lasse ich jetzt weg. Und jetzt kommen wir zum Scaling. Das ist eigentlich die Hauptfunktion von einem Virtual Machine Scale Set. Wir sehen, wir beginnen mit einer Initialisierungsinstanz von zwei. Also es werden zwei Instanzen erstellt. Jetzt die Scaling Policy. Wollen Sie manuell skalieren? Das wäre eine Möglichkeit. Oder Sie können Custom auswählen. Und jetzt haben wir weitere Optionen zur Verfügung. Zum Beispiel die Minimumanzahl von Instanzen ist 1. Die Maximalanzahl von Instanzen ist 10. Und jetzt aber. Wann soll der Scale Out stattfinden? Und jetzt wird uns hier eine Metric angezeigt auf Basis von CPU. Wenn Sie das Scale Set erstellt haben, stehen Ihnen auch noch andere Metrics für die Skalierung zur Verfügung. Hier steht 75% während 10 Minuten. Dann wird um eine Instanz erhöht. Der Scale In, also das Abbauen von Instanzen. Wenn die CPU unter 25% fällt, wird immer eine Instanz entfernt. Das wäre diese Standard Skalierungspolicy. Das ist für mich so in Ordnung. Ich werde da jetzt nichts anpassen. Sie können noch die Diagnostik Logs einschalten, wenn Sie das möchten. Und Sie haben die Möglichkeit, hier auch noch eine andere Balance Availability Zone und Foldument Policy entsprechend auszuwählen. Beziehungsweise hier haben wir Default und Sie sehen, es gibt da weitere Policies, die Sie auswählen können. Das belasse ich beim Standard. Es geht weiter zum Management. Dann sehen wir die Integration zum Azure Security Center. Dann haben wir hier den Upgrade Mode. Übrigens, wenn Sie sich informieren wollen, was die einzelnen Funktionen bedeuten, dann navigieren Sie mit der Maus zu diesem Informationssymbol und Sie sehen sofort die weiterführenden Informationen. Da gibt es eben die Möglichkeit, mit einer Upgrade Policy zu arbeiten. Manuell, die Instanzen müssen manuell abgegradet werden. Oder Sie können Automatik auswählen oder Sie können da in einer Rolling-Funktion arbeiten. Dann können Sie sich entscheiden, ob Sie das Monitoring einschalten möchten. Ich werde das einmal ausschalten. Wenn Sie eine System Managed Identity einsetzen wollen, können Sie hier diese Option aktivieren. Dann geht es weiter zum automatischen OS Upgrade. Das können Sie einschalten, wenn Sie möchten. Sie können auch die Instance Termination, die Benachrichtigung einschalten, wenn Sie das möchten. Es gibt da ganz viele. Sie sehen Optionen. Es geht jetzt für mich aber weiter zu Health. Sie können die Application Health Monitoring Funktion hier entsprechend einschalten. Dann müssen Sie die entsprechenden Werte ausfüllen, wenn Sie das benötigen. Das brauche ich im Moment nicht. Sie können übrigens all diese Konfigurationsschritte im Nachhinein wieder für Ihre Bedürfnisse anpassen. Dann haben wir noch die Allocation Policy. Das bedeutet, wie die Instanzen verteilt werden. Je nachdem, was Sie natürlich auch vorher bei der Availability Zone Konfiguration ausgewählt haben. Sie sehen, wir können hier auch wieder mit einer Fold Domain arbeiten. Also die Instanzen werden gleichmässig verteilt, je nachdem, was Sie hier auswählen. Dann können Sie noch mit Custom Date arbeiten, mit einem Skript, wenn Sie möchten. Und dann können Sie noch mit einer beispielsweise Host Gruppe arbeiten. Das haben wir schon mal besprochen. Auch die Proximity Placement Group haben wir besprochen. Die VM Generation werde ich nicht anpassen, weil das Image, welches ich ausgewählt habe, basiert auf der Generation 1. Dann geht es weiter zu den Tags und anschliessend, wenn Sie die Tags gesetzt haben, können Sie auf Review & Create klicken und Ihr Virtual Machine Scale Set wird erstellt. Review & Create, es wird eine Validierung durchgeführt und wenn die Validierung abgeschlossen ist, dann können Sie auf Create klicken und Ihr Virtual Machine Scale Set wird erstellt. Das werde ich jetzt nicht machen, weil ich brauche dieses Scale Set nicht. Selbstverständlich müssen Sie sich Gedanken machen, wo Sie ein Virtual Machine Scale Set einsetzen können. Wichtig ist einmal, dass im Scale Set der Inhalt absolut identisch sein muss. Weil wenn Instanzen hinzugefügt werden, muss ja auch der Inhalt entsprechend so aufgebaut sein, dass diese Instanzen keinen Impact haben auf den eigentlichen Content innerhalb von diesem Scale Set. Also, das ist einmal eine erste Entscheidung, die man treffen muss. Dann eben auch, möchten Sie mit einem Load Balancer arbeiten, der vorgeschaltet ist. All diese verschiedenen Punkte muss man berücksichtigen, bevor man sich für ein Virtual Machine Scale Set entscheidet. Aber, auch nochmals als Info, mit einem Virtual Machine Scale Set im Zusammenhang mit einem Load Balancer sind Sie in der Lage, dass Sie in Ihrer Infrastruktur höhere Verfügbarkeit einrichten können. Vielen Dank. Vielen Dank.